Die Einheimischen scheinen deinen Plan nicht besonders zu mögen. Trübt es ja alle. Meine Zeitung knapp. Ich habe fast keine Energie mehr. Ah, super ey. Na komm. Kralfi, na los. Alter, iiih. Ah. Himmelsstürmer. Ja, ähm. Ipisch alles. Das Ding verwendet Schwerkraftfusionskolben. Da kannst du dich aufladen. Der Ladungsschuss ist geil. Den nehme ich nochmal. Und, na. Super. Ah. Ich sollte mehr Skill haben. Yeah. Der Ulysses ist auf der anderen Seite dieser Stadt. Trüten. Hey, was zur Hölle. Ja. Ja. Haha. Tschüssi. Kann das sein, dass ich kaum Munition mehr hab? Ach, scheiße. Na, also. Ach, ich hab noch ... Nee, hab ich nicht. Warum mach ich eine ... hab mich keine Sekundärte nahe, hab ich nicht. Das ist doch scheiße. Scheiße, was ist das? Na, wie schön, Munition. Das kommt irgendwie gerufen. Ach, hals wird hier ... Überall Fahrstuhle ... die Fresse ... A, hals wird hier ... Noch mehr Zeichen für uns in unserem Ziel. Schön zu sehen, dass dein Humor langsam wieder zurückkommt. Humor war nicht meine Absicht. Du warst nicht fertig, Kumpel. Die ziehen sich zurück. Und du sagst, Humor sei nicht deine Absicht. Die Art, wie du das gerade gesagt hast, war Comedy früher, mein Freund. Comedy. Was ist du denn hier, Alter? Auf die Fresse. So, da ist eine andere Waffe. Hier ein Typ. Äh? Ist da was, oder? War das ein Bug? Nee, das ist wohl kein Bug gewesen. Äh. Ah, oh, äh, ja. Hilfe! Gar nicht so übel, das alles. Eine hübsche Aufwärmübung für das, was ich mache, wenn ich diese Final Echo-Schlampe in die Finger bekomme. Was sind wirklich hier? Ah, das ist ja so. Und... So... Ein bisschen Kapazität, ja. Kaufe ich voll. Dann darf ich noch ein bisschen. Und das war's. So. Hi. Geht doch weiter. Muss nie auf mich warten. Ah, super. Alter. Da, du Affleck. Alter. Zinnig. Zinnig. Alter. Rührt mir nicht so auf die Pelle, Junge. Wir haben noch mehr Wunschers. Wir haben noch mehr Kuppel. Rührt den Donner, Jungs. La, la, la. Jetzt geht's abwärts. Ja, genau. Aber echt. Wir sind so geile Sprüche hier. Die werden eigentlich gar nicht kriegen. Das ist... Rührer an die Hintenburg. Das ist echt... ...schlimm eigentlich. Das ist kein richtiges Let's Play. Super. Akku leer. Super. Egal. Lauf, Schlampe. Lauf. Wo lang? Hier lang? Nicht gut, Grae. Ich spüre, wie ich langsamer werde. Wo lang? Halt durch und überlass die schwere Arbeit mir. Bleib einfach in meiner Nähe. Was zur Hölle? Ah. Ich weiß nicht, wohin. Ach da. Verziehe dich! Stirb, stirb, stirb. Kugelkick? Ich hab überhaupt nicht geschossen im Spaß. Egal. Laufen. Wir sind ja nicht versteckt. Könnte man. Was bist du denn für einer, Alter? Runter da. Ah, Höhenangst. Schießt sehr aus. Alter, ich hab mal... ...Armherzig. Das ist einfach, dass ich so abgeschießen als... ...ja, als mit der Peitsche. Ah. Ja. Ups. Ja, mal gucken. Was gibt's denn hier? Na gut. Das ist immer noch das Gleiche. Aber... ...ich kaufe noch zwei und das... Mal gucken, weil ich sie wieder gebrauchen kann. Geh, weg! Geh, weg! Geh, nein, du nicht, run away hier. Oh. Hä? Äh, was ist das denn für ein... Fast. Überlebt das erst mal. Ne, wirklich. Wow. Das sieht süß aus. Mal doch. Oh, Spannung. Du sollst deine Öl überraten. Na, guten Appetit. Ich brauch' einen Moment. Verdammt. Mir fehlt ein Zugangsbord. Sag doch dein Ding da rein. Idiot. Du hast mir eine scheiß Angst, ein Däger. Punter! Ich fühl mich schon viel besser. Ja, find' ich gut. Freut mich, das zu hören. Ich habe die Anlage überladen. Ich brauche Nostizierer in der Explosion in der Hand der Schwerkraft Ferngeneratoren. Ja, dann würden wir mal laufen, ne? Ja, das ist... denke ich mal, ganz praktisch. Los! Sogar dafür gibt es Skillpunkte. Leck mich! Ich will vielleicht noch was machen. Und fertig. Super. Naja.